Herr Präsident, meine Damen und Herren, die grüne Vetternwirtschaft des Hauses Habeck hat jetzt also endlich die Mainstream-Presse erreicht und ist Thema, was noch kein Thema ist, die Finanzinvestoren und Milliardäre, die die Vettern im Hause Habeck lenken und die so noch mehr Geld und Milliarden verdienen. Es geht um das Geschäft mit den Wärmepumpen und letztlich um das gesamte deutsche private Immobilienvermögen. Und genau das schauen wir uns jetzt mal an. Alles dreht sich im Hause Habeck um den Staatssekretär Patrick Reichen, Bruder Jakob, Schwester Verena und Michael Kellner, deren Mann und parlamentarischer Staatssekretär. Wir haben es gehört. Eine schrecklich nette Familie. Die Denkverbilde Agora Energiewende und das Öko-Institut haben zusammen ein Papier veröffentlicht, Durchbruch für die Wärmepumpe. Wir haben es gehört. Im Öko-Institut sitzen Jakob und Verena Greichen. Und bei der Agora, da sitzt Bruder Patrick sieben Jahre als Geschäftsführer, bevor Habeck ihn zum Staatssekretär gemacht hat. Er hat aber ihn nicht nur zum Staatssekretär gemacht, sondern er setzt jetzt dessen Papier um, eins zu eins, Durchbruch für die Wärmepumpe. So, und nun schauen wir uns an, wer steht hinter der Agora und den Greichens. Wer steuert die? Ein verschachteltes System von Stiftungen verschleiert genau das. Die Agora Energiewende wird finanziert von der European Climate Foundation. Diese wird finanziert von der Children's Investment Fund Foundation. Und die wiederum wird finanziert von dem britischen Milliardär Christopher Hohn. Hohn verdient 2 Millionen Euro am Tag, ist auch Hauptgeldgeber der Klimaextremisten Extinction Rebellion. Für die Klimaagenda gibt er also sein Geld aus. Aber richtig spannend ist die Frage, womit verdient er sein Geld? Ich zitiere aus der Selbstbeschreibung des Fonds. Der Fonds konzentriert sich auf die Vergabe von Hypotheken und hochwertige Immobilien mit einem Schwerpunkt auf Großstädte in Nordamerika und Europa. Da, wo seine Klimaagenda besonders hohl dreht, da verdient der Finanzier der Klimaagenda mit Hypotheken und Immobilien sein Geld. Das ist des Pudels Kern. Wozu führt das Heizgesetz von Habeck und dem Greichen-Clan? Eigenheimbesitzer müssen Hypotheken aufnehmen, um die teure Wärmepumpe zu bezahlen. Und wenn sie das nicht können, dann müssen sie ihre Immobilie verkaufen. Und siehe da, da steht der Hedgefonds von Hohn bereit und kauft die Immobilien auf. Was ein Zufall. Sie können jetzt sagen, Herr Hohn ist doch nicht der Einzige, der hinter der Agora steht. Das stimmt, da ist noch die Mercator-Stiftung mit den Metro-Milliardären und über den European Climate Fund fließen auch Mittel des kanadischen Milliardärs John McBain dahin. Wie hohen Mitglied im Milliardärs-Club The Giving Pledge von Bill Gates. Sobald sie am grünen Lack kratzen, Milliardäre, Milliardäre, Milliardäre. Immobilien sind die eine Seite der Medaille, die andere Seite ist das Geschäft mit der Wärmepumpe. Der US-Konzern Carrier Global kauft jetzt den größten deutschen Wärmepumpenhersteller Fiesmann für 12 Milliarden Dollar. Und wem gehört Carrier Global? 86 Prozent gehören institutionellen Anlegern, das heißt der US-Finanzindustrie, namentlich BlackRock, Herr Merz ist da, Vanguard, The Capital Group. In dem Moment, in dem Habeck und der Greichen-Clan die Deutschen zum Kauf von Wärmepumpen zwingen, übernimmt die globale Finanzindustrie die deutsche Wärmepumpenproduktion. Es gibt Zufälle in diesem Land unglaublich. Dank grüner Klimapolitik herrscht dort Goldgräberstimmung. 75 Milliarden Euro, so viel müssen die Deutschen für die Wärmepumpen aufbringen. Und BlackRock, Vanguard and The Capital Group verdienen sich dumm und dämlich. Meine Damen und Herren, die Grünen sind der politische Arm dieser globalen Finanzinteressen. Und der Greichen-Clan ist die Hand, die die erforderlichen Gesetze dazu schreibt. Ihre Klimapolitik macht globale Superreiche noch viel reicher, während der normale Deutsche sprichwörtlich das Dach über seinem Kopf verliert. Ihre Klimapolitik ist nichts anderes als der ultimative Angriff auf das gesamte deutsche Volksvermögen. Und ich kann Ihnen versichern, wir werden nicht zulassen, dass Sie damit Erfolg haben. Vielen Dank.